. 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 Also, da müssen wir mal noch passen, ich krieg's wohl zu deinem Klamotten zu. Mach mal eine schöne kleine Daurelle, das passt dann dazu. Okay? Ich bin gestritten. I. Ich habe schon mal ein zussisch, was ich kann sein. Aber hier ist schon mal eine Klamotten. So. So. Geht es um Heiz mit Jürgen? Ähm, vorwärts war schon, ja? Hier war es wieder rum. Okay. Soll ich die Aurige rausnehmen? Mach es mal raus, ja? Einfach rausziehen. Soll ich die Aurige rausnehmen? Soll ich die Aurige? Soll ich die Aurige rausnehmen? 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.